Das werdet ihr selber mitbekommen haben. Die Wahrscheinlichkeit ist ja auch recht hoch, dass ihr selber auf Demonstrationen gegen die AfD jetzt an diesem oder am vergangenen Wochen wart. Gucken wir mal in den Berichte rein. Bundesweit formiert sich auch an diesem Wochenende Widerstand gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie. Dazu sind in vielen deutschen Städten mehr als 200 Demonstrationen geplant. Schon am vergangenen Wochenende sind rund 900.000 Menschen auf die Straße gegangen. Diesmal sind Proteste unter anderem in Nürnberg, Halle und Chemnitz angekündigt. Der größte Demonstrationszug wird heute in Düsseldorf erwartet mit rund 30.000 Teilnehmenden gegen die AfD. Aus Sicht des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder jedoch würde eine Neuwahl und eine damit verbundene Neuausrichtung der Bundesregierung die Umfragewerte der AfD am besten senken. Was ist das? So richtig random einfach noch so Söder damit reingepackt. Warum? Ein bisschen Wahlwerbung. Ja, das ist jetzt wirklich das ganz große Thema. Und erst mal muss man natürlich sagen, schön, dass es so eine Reaktion gab. Die Mobilisierungskraft ist gewaltig. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Und ich finde es auch wirklich spannend, zu was für einem sozialen Phänomen das geworden ist. Also Smoma, ja genau, Smoma, schön das erste Mal im Chatten, freut mich, schreibt es ja schon rein, dass in Kleinstädten tausende Leute auf die Straße gehen. Und genau das habe ich nämlich auch mitbekommen. Das ist wirklich, also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal zu Demos so viel Resonanz mitbekommen habe, auf der Arbeit, in der Uni, Familie, bei Freunden, dass wirklich so viele Leute einfach online irgendwas gepostet haben, dass sie auf einer Demo waren. Und dass sie davon erzählt haben, dass sie gesagt haben, dass auf der Arbeit das irgendwie das große Thema ist, auf welcher Demo man jetzt war, dass man wirklich in allem möglichen, auch Käffer hier bei uns in der Region, reingeschaut hat. Und überall teilweise Demos in irgendwelchen Städten mit 50.000 Einwohnern, mit 5.000, 6.000 Leuten waren. Also wirklich absolut beeindruckend. Und ich glaube, da ist jetzt auch mal wieder was, wo man richtig anschließen kann und wo man nicht nur tatsächlich wieder neuen Schwung in so eine Bewegung gegen die AfD bringen kann und in eine Diskussion dagegen, sondern wo man auch mit ganz vielen anderen sozialen Fragen anschließen könnte, wenn die Linke stark genug dafür wäre. Und das ist erstmal auf jeden Fall der richtig schöne Teil daran, weil ich habe auch von so vielen Leuten gehört, die gesagt haben, ich war schon einige Jahre oder ich war noch nie auf einer Demo gewesen oder ich war Jahrzehnte nicht mehr auf einer Demo gewesen. Und das war beispielsweise das, was ich auch so von meinen Eltern gehört hatte, die mir dann gesagt haben, ich war jetzt schon echt etliche Jahre nirgendwo mehr irgendwo gewesen oder so und das war jetzt mal wieder ganz interessant. Und das ist wirklich schön zu sehen und ich glaube, da könnte man, da kann man vielleicht auch in manchen Punkten anschließen. Das ist tatsächlich eine reale Generalmobilmachung der Bevölkerung. Also es gehen ja nie alle Leute wegen irgendwas auf die Straße. Nie. Und auf dem Level von der Größe in allen Städten, an allen Großstädten und in sehr, sehr, sehr vielen kleinen Städten gab es sehr, sehr wenig Vergleichbares von der Menge an Leuten. Und deswegen kann man hier schon von einer annähernden Generalmobilmachung eigentlich der Bevölkerung sprechen. Und ich finde es sehr, sehr unterhaltsam, wie rechte Kreise darauf reagieren. Also das ist auch eine Sache, die wirklich spannend ist, weil man merkt schon, dass es diese Leute halt triggert und dass es diese Leute, dass die Leute das auch erkennen natürlich. Und man kann dann wirklich sehen, wie diese Medienmacht, die die Rechte aufgebaut hat, wie die jetzt halt da probieren, eben entsprechend den Diskurs wieder so zurückzugewinnen. Was sie natürlich gerade in dem Moment nicht können. Das muss man einfach realistischerweise sagen. Gerade halt auch dieses, was die Rechte aufgebaut hat, erstmal kann da nicht gegen ankommen. Aber mit was für Argumentationen? Das ist so abstrus. Also so mit diesem ganzen, ja das sind halt nur eingekaufte Leute und das ist alles fingiert und nur Schauspieler. Und ich glaube schon, dass das halt allein deswegen erstmal eine Sache ist, die der politischen Rechten auch massiv schadet. Auch wegen der eigenen Reaktion, also weil das halt auch wirklich peinlich und komisch ist. Ich meine, jeder kann das ja sehen. Jeder hat in seiner Stadt diese Riesendemos. Und wenn dann halt der Kanal, den ich halt immer verfolge, sagt, ja das sind alles nur Schauspieler etc. Und alle Leute auf meiner Arbeit da waren und in meiner Kindergartengruppe und was weiß ich. Ja dann, ne, weiß ich ja, dass es, dann kann ich dem ja nicht mehr ausweichen, dass es Unfug ist. Es gab ja auch wirklich so Posts in die Richtung von, Michi, wird man irgendwie erkennen, dass die Leute copy-pasted wurden und so. Dass die ganzen Bilder ja gefälscht seien. Das ist natürlich das Recht, da blamiert man sich selber mit. Was aber natürlich ein tatsächlicher Punkt ist, wo jetzt die Rechten wieder eingreifen können. Und was für uns natürlich auch immer eine Blamage ist, ist dann wie die Ampelpolitiker das natürlich für sich selber einspannen. Oder selbst eigentlich CDU und CSU diese Proteste für sich selber einspannen. Und das ist ja auch wieder der ganze problematische Part daran, dass tatsächlich man das Narrativ dann auch von rechts machen kann. Und da ja auch eine gewisse Wahrheit dran ist, dass es sich auch natürlich um ein so klassischer, wie wir das aus der Geschichte kennen, den Aufstand der Anständigen mitinitiiert von Politikern, dass es sich darum hier handelt. Es ist natürlich an sich Quatsch in dem Sinne, dass das irgendwie von oben fingiert ist. Weil das ist ja das, was die Rechten da rein interpretieren. Das passt natürlich auch zu ihrem eigenen Bild. Das kann jetzt, wenn es von links ist oder wenn es aus einer liberalen Perspektive ist, dann kann sowas natürlich nicht organisch entstehen. Das ist ja tatsächlich wirklich so dieses absolut intelligenzbefreite Bild, was diese Leute tatsächlich von sozialen Bewegungen von links manchmal haben. Dass sie sagen, ja, wenn das von links kommt, dann können die Leute da nicht irgendwie organisch aufgestanden sein. Das muss irgendwie von oben und von den Eliten fingiert sein. Das ist natürlich, ja, absoluter Müll. Aber was natürlich stimmt, ist, dass die Politiker sich jetzt da draufsetzen und dass von allen möglichen Seiten versucht wird, diese Proteste jetzt in ihrem Sinne zu formen und mit ihren Inhalten zu besetzen. Das sehen wir ja daran, dass ganz häufig Bürgermeister von bestimmten Städten, von der SPD, von der CDU, von den Grünen, dann vor Ort auf diesen Demonstrationen sprechen, die anmelden, dass große Ampelpolitiker zu diesen Demos gehen und da reden dürfen oder das dann auch medial für sich einbinden. Und da wäre jetzt eigentlich nämlich genau der Punkt, dass wir da dann als Linke eben auf diese Demos gehen und da eben bestmöglich versuchen, da dann auch Kritik dran zu üben oder wo es geht, sowas dann auch mal durch Organisation oder so in eine andere Richtung zu lenken. Das wäre jetzt das Wichtige, weil sonst kann es am Ende auch wieder sein, dass tatsächlich auch richtig viele Leute von diesem Narrativ sich abholen lassen. Ja, und ihr diskutiert ja gerade schon so ein bisschen im Chat so diese Frage, weil wer reingeschrieben hat, ja, das kam jetzt keine revolutionäre Stimmung auf oder das ist jetzt nicht so das. Also das Ganze ist auf jeden Fall weit, weit, weit weniger natürlich irgendeine Form von revolutionärer Mobilisierung oder auch nur ansatzweise davon und viel, viel mehr einfach eine, ja, auch eine Form von, wo eben die Regierungsparteien so alles mobilisieren, was sie halt können und halt auch ihre Wählerschaft mobilisieren, was sie halt können. Und wir sind halt eine ganz, ganz verschwindende, kleine, radikale Minderheit in diesen Kämpfen, so wie wir es natürlich aktuell immer sind, weil in allen Kämpfen sind wir eine ganz kleine Minderheit. Aber auch in dieser Frage, wo ja jetzt viele Linke dann auch wieder auf die Straße gehen, weil das kann man ja machen. Man geht natürlich lieber mit der CDU und der SPD und den Grünen gegen die AfD auf die Straße als irgendwie mit den schmuddeligen Bauern, die halt irgendwie, ja, ja, total rechtsradikal angeblich sind. Und das ist natürlich viel einfacher. Also das ist ja schon mal auch eine Grundprämisse, die halt einfach schändlich ist. Aber dennoch stimmt es ja auch, dass man hier in diesen Protesten, ja, es einfacher hat, auch Menschen zu erreichen. Und ich habe schon sehr große Hoffnung, dass hier auch, ja, viele Jugendliche dann zum Beispiel dann auch, ja, mal gucken und dass sie auch ein bisschen radikaler was machen wollen, dann auf ein Antifa-Treffen gehen und so, die halt ja überall aufgebaut wurden in den letzten Jahren. Und das ist ja dann eine gute Sache. Und da muss es auch darum gehen natürlich, dass wir unseren Teil in diesen Kämpfen einnehmen und die entsprechend probieren zu prägen. Man darf uns aber auch keine Illusionen da drin machen über die Kräfteverhältnisse. Wir werden das halt auch nicht schaffen, dort sehr relevanten Einfluss zu generieren, weil einfach die Kräfteverhältnisse so gegen uns liegen. Und man muss sich da auch einfach der Tatsache stellen, dass diese Mobilisierung auch eine Frischzellenkur für die Regierungsparteien nun mal sind. Und vielen Dank für dein Abo, Barbara. Das ist auch ein sehr guter Name, Barbara Salisch. Ja, die Illusionen darf man sich natürlich nicht machen, aber ich finde das ganz wichtig. Wir hatten ja hier vor Ort natürlich auch Demos zu dem Thema AfD und dann eben aufgeteilt in die eine sehr große bürgerliche Demonstration und in eine kleine linksradikale Demonstration. Und da habe ich dann auch gemerkt, wenn man sich komplett davon trennt, das hat einfach gar nichts gebracht. Also das hat natürlich auch noch besondere lokale Gründe, warum das nicht funktioniert, wenn hier die örtliche Antifa so eine Demo anmeldet, dass da irgendwelche Leute außerhalb der üblichen Kreise hinkommen. Aber ich finde das ganz wichtig, dass das jetzt eine Demo ist, wo wir reingehen, weil da muss man wirklich mit unfassbar wenig Anfeindungen rechnen, mit einer offenen Feindschaft oder mit, dass man die Leute überhaupt nicht erreicht, weil das sind ja jetzt eigentlich so Kernpositionen, die man auch mit der radikalen Linken mit verbindet und wo sehr, sehr einfach man eigentlich auch Anschluss finden kann und dann auch gleichzeitig eben eine radikale Kritik üben. Weil das ist im Endeffekt dann wie gesagt einfach unsere Aufgabe, dass wir da dann hingehen und dass wir dann auch eine radikale Kritik an dieser Ampelvereinnahmung üben. Weil das ist im Endeffekt das, was wir auch gerade leisten müssen in dieser ganzen Frage von der AfD. Alle Sachen, die sich gerade da rumdrehen, sei es jetzt hier die großen, generell schon die ganze Zeit die Sache mit den AfD-Wahlerfolgen, wo alle immer ratlos stehen, ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich es dazu kommen konnte, können wir jetzt irgendwie nicht stoppen, weiß ich auch nicht. Vielleicht sollten wir ein paar mehr Leute abschieben oder vielleicht sollten wir ein paar lustige Schilder gegen die AfD malen oder AfD nur irgendwo hinsprühen. Oder jetzt die Geschichte mit dem AfD-Verbot. Das sind halt alle die Sachen, wo wir dann auch in diese Diskussion einsteigen müssen und ganz klar eben aufzeigen müssen, warum die Ampel eben auch genauso keine Antworten auf diese Fragen hat. Es wird ja immer gesagt, ja, die AfD beantwortet diese Fragen nicht. Ja, die Ampel beantwortet diese Fragen auch nicht. Und das ist halt das, was wir dann da aufzeigen können. Und das ist auch die einzige Art und Weise, wie wir diesen Teufelskreis durchbrechen können. Ja, meinte ich, also mit wir meinte ich sowohl Anarchistinnen als auch Linksradikale. Ich denke, das ist sicherlich in manchen Orten auch, das wollte ich auch in den schönen Ereignissen von den letzten zwei Wochen sagen, in manchen Orten eine sehr sichtbare Teilnahme und Prägung auch von diesen Protesten von linksradikaler und anarchistischer Seite aus gab. Ist ja klar, es gibt dann in manchen Orten, sind wir halt besser aufgestellt, in manchen Orten schlechter, in manchen Orten ist man halt irgendwie eh schon in irgendwelchen Bündnissen ganz oben mit drin und kann das auch dann entsprechend irgendwie mitprägen, was weiß ich. In anderen Orten läuft es halt nicht so gut. Und ja, ich denke, eben, das ist halt das Ding. Wir haben jetzt hier das erste Mal seit langer Zeit wieder eine linksgeprägte Massenbewegung auf der Straße, also links nicht im Sinne von linksradikal erst mal, sondern linksbürgerlich. Aber wenn nicht hier die Linke es halt schafft, Relevanteren ein bisschen Einfluss zumindest zu gewinnen, ja, wo denn dann noch? Das ist ja die Sache. Wir rufen ja immer bei solchen Kämpfen halt, egal welcher Natur sie jetzt erst mal sind, auch sie sind ja dezidiert irgendwie rechtsradikal, wie jetzt sowas wie Pegida oder so. Immer wenn viele Menschen auf die Straße gehen, rufen wir ja dazu auf, sich daran zu beteiligen und unsere Position dann einzubringen. Das ist ja unsere Standardposition, das ist ja klar. Aber hier ist es ja wohl am einfachsten im Vergleich zu allem, was wir in den letzten Jahren hatten. Ja, erstmal, Smoma, was denken wir, wie lange diese Bewegung anhalten wird? Also in der Form gebe ich dem Ganzen, glaube ich, so zweieinhalb Wochen. Und was daraus entsteht, finde ich, steht so ein bisschen in den Sternen. Aber es ist natürlich klar, dass irgendwie auf dem oder einem ähnlichen Niveau das jetzt nicht irgendwie lange anhalten wird. Ich kann mir vorstellen, dass eben zu jetzt noch mal so Schicksalswahlen, wie dann in den ostdeutschen Bundesländern diesen Sommer, dass es da dann noch mal zu Sachen kommen könnte. Aber es ist ja klar, dass es jetzt nicht hier irgendwie eine monatelange Protestwelle gegen die AfD geben wird. Ja, und deswegen ist es halt wichtig, jetzt schnell zu handeln und einfach zu probieren, so viele Leute es geht zu organisieren, die dort auf die Straße gehen, wirklich zu erreichen, direkt anzusprechen. Überlegt euch, was die besten Strategien sind für eure Strukturen, die ihr habt oder die ihr vielleicht auch im Kontext dieser Kämpfe aufbauen wollt. Einfach zu mobilisieren, sich dauerhaft zu organisieren, weil das ist immer der einzigste Weg. Also speziell bei so einer Mobilisierung, wo man wirklich davon ausgehen kann, und das ist jetzt was, was halt vielleicht für drei, vier Wochenenden halt hält, dann ist es noch wichtiger, schnell zu handeln und die Leute in vernünftige Strukturen zu überführen, so viel es geht, weil man damit dann auch einfach so eine Kraft mitnehmen kann in die eigenen Strukturen. Ja, da kann man vielleicht auch noch mal sagen, weil auch wenn es stimmt, wie wir es gesagt haben, dass das jetzt mal wirklich so eine Bewegung ist, wo natürlich die radikale Linke sagt, ah, das gefällt mir, das ist relativ lupenrein, und so, da tummeln sich keine Rechten. Muss man ja auch sagen, dass es trotzdem auch einen gewissen Pessimismus gibt, was das angeht. Also ich habe das auch von einzelnen Leuten schon gehört und ich habe auch schon bei Social Media dazu gesehen, dass ganz viele Leute sich jetzt darüber echauffieren, ach ja, jetzt geht hier das liberale Deutschland auf die Straße und im Endeffekt, da passt doch kein Blatt mehr zwischen die Ampel und die AfD und es sind jetzt wieder die ganzen treu-doufen Idioten, die da auf die Straße gehen und natürlich versuchen jetzt wieder hier irgendwie die massennahen Linken da irgendwie was zu machen, aber im Endeffekt lassen sie sich nur einbinden. Und da muss man mal sagen, auch wenn vielleicht jetzt solche Einschätzungen näher an der Realität sind als die Leute, die sich jetzt über die Bauernproteste echauffieren, muss man ja auch hier sagen, dass trotzdem genau das Gleiche gilt, das Wichtige ist, dahin zu gehen, das Wichtige ist, zu intervenieren, weil auch solche Sachen wie eben sowas einfach nur für die Regierungslinie zu nutzen, ist auch davon abhängig, ob wir daran Kritik üben, ob wir dahin gehen, ob wir mit Leuten sprechen, ob wir eine bessere Alternative aufzeigen. Und bei all dieser Polemik dagegen, dass jetzt die Ampelregierung auch in ganz vielen Fragen, sagen wir mal in eine ähnliche Richtung, wenn man sich das genauer anschaut, geht wie die AfD, sind ja trotzdem noch große Unterschiede in der Politik von der AfD und der Ampel und gerade auch, wenn wir uns jetzt diese ganze Remigrationsfraktion rund um diese Konferenz anschauen. Und da, finde ich, verlieren sich dann auch manche Leute in so einer vulgären Ablehnung von dem Ganzen. Und Barbara, wo du es gerade noch mal schreibst, mit deinen Berichten, generell auch eure Berichte, sehr interessant, was bei euch in Städten so abgeht und wie viele Leute da waren bei euch. Aber mit diesem, ja, dass die Leute dann klar vom schwarzen Block abtrennen, hört da bitte gerne noch mal in unsere Folge 99 zum Thema Demonstration rein. Also das Falscheste, was man jetzt, finde ich, machen kann in diesen Protesten, ist jetzt, weil man sich irgendwie abgrenzen möchte und als Radikal darstellen möchte, jetzt einfach mit schwarzen Kutten rumzulaufen und irgendwelche Black Blocks, die halt einfach nur da drin rumlatschen, zu organisieren. Damit kann man sich eigentlich nur noch selbst isolieren in diesen Fragen, bis auf dann so ein, zwei Jugendliche, die das irgendwie krass finden. Kannst du damit niemanden abholen? Und es geht doch um die Inhalte. Und wir müssen doch unsere radikalen Inhalte transportieren und nicht halt irgendeinen Lifestyle, der ja keinen Nutzen im Kontext dieser Proteste jetzt hat, irgendwie auszuleben. Ja, genau, Smoma. Das ist im Endeffekt, oder es sollte im Endeffekt unsere Losung sein. Inhaltlich radikal, nicht äußerlich. Sonst meinte ich, ich habe halt nicht mitbekommen, jetzt von irgendwelchen stabilen anarchistischen Reden oder so, aber ich glaube, das ist auch gerade sehr schwer zu überblicken. Ich denke, es wird in allen großen Orten zumindest anarchistische Einflussnahme auf diese Proteste geben. Der Umfang davon ist sehr schwer abzuschätzen. Aber ich habe es halt von überall mitbekommen, dass halt alle möglichen Strukturen halt hingehender auftreten. Und da wird es auch sicherlich unterschiedliche, ich habe zum Beispiel aus ein paar Orten FAU-Redebeiträge vernommen und solche Geschichten. Ja, und das jetzt genau zu überblicken, dafür ist es einfach zu groß. Also es ist halt zu viel. Das jetzt auch im Detail zu besprechen, geht gar nicht mehr. Und das ist ja auch gut so, dass es zu viel ist. Ja, gut. Ich möchte noch einmal kurz anmerken, dass ich das Hochbanner sehr gut finde. Das ist geil, ne? Zimmerer gegen rechts. Hallo, grüß dich, Hargur. Schön, dass du das erstmal mitschreibst. Und wir haben noch mehr AfD-News. Wir haben noch mehr AfD-News. Noch kurz dazu fand ich es sehr interessant, dass Le Pen hier droht der AfD mit dem Ende der EU-Fraktion wegen dieser Geheimpläne. Da hatten wir auch schon, also ich, auf manichismus.de Discord-Server darüber diskutiert, wo ihr auch gerne eingeladen seid, reinzukommen. Nebenbei ist es ein öffentlicher Server. Und da gab es auch so unterschiedliche Einschätzungen. Also auf der einen Seite, denke ich, kann man schon sagen, okay, das ist vielleicht auch strategische Natur, dass man hier sich entsprechend verhält. Auf der anderen Seite, finde ich, zeigt es auch sehr deutlich, dass es eben alles andere als einfach ist. Und das haben wir auch eben immer wieder gesagt in Bezug auf die AfD, jetzt einfach irgendwelche Deportationspläne in der heutigen Zeit umzusetzen. Wir sind halt, es ist halt nun mal keine Eins-zu-Eins-Vergleich möglich mit 1933, genauso wenig wie mit der NSDAP. Also das passt schon mal gar nicht. Und wenn du halt heute allein schon über solche Pläne sprichst, dann gibt es halt selbst aus den eigenen Reihen, selbst wenn es teilweise nur strategisch ist, aber die sehen sich ja zumindest gezwungen dazu, sich öffentlich dann von sowas zu distanzieren. Und das zeigt ja auch schon, dass es halt einen enormen Druck dann auch von so einer von so einer internationalen Politiker-Klasse auf solche Entwicklungen gibt. Und das, auch wenn der AfD in die Macht kommt, und selbst wenn sie dann, wenn sie sehr deutlich solche Pläne verfolgen wollen würde, also irgendwie Millionen Menschen abzuschieben und auch selbst mit deutschem Pass abzuschieben, dann könnten die das auch höchstwahrscheinlich nicht einfach so umsetzen, ohne Konsequenzen, so wie das damals im NS gewesen ist. Ja, also erstmal muss ich dir zustimmen, Hargur, ich finde auch, man muss das so sehen, AfD ist ein Symptom, aber ich würde nicht sagen, dass das Grundproblem einfach nur CDU, SPD, Grüne sind, sondern das ist einfach generell so die politische Ausrichtung dieses Staates, der nämlich auf innerer und äußerer Konkurrenz beruht. Und natürlich CDU, SPD und Grüne sind eigentlich die, die jetzt einfach über die Zeit so scheiße regiert haben, wo dann eben auch eine AfD natürlich an viele Problematiken anknüpfen konnte. Aber mit dieser ganzen Frage von eben Distanzierung bei dem Ganzen, also es ist ja jetzt selbst so, dass die AfD sich von eben den Leuten, die da waren, distanzieren müsste. In Teilen. In Teilen natürlich, wenn man, klar, wenn man jetzt die Interviews von einzelnen Leuten angehört hat, die haben dann gesagt, ja, weiß ich jetzt noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Aber es ist ja schon so, dass die AfD als Partei sich von diesen Plänen distanzieren musste. Und das ist ja auch irgendwo sinnig, weil das, was da eigentlich propagiert wurde, ist verfassungswidrig. Wir hatten natürlich jetzt auch Diskussionen gehabt, um den ganzen Israel-Gaza-Konflikt, dass dann auch mal gesagt wurde, man, ich weiß gar nicht, wer das war, das war Habeck, Habeck, der darüber gesprochen hatte, dass Leuten, die Israel das Existenzrecht absprechen, die Staatsbürgerschaft entzogen werden sollte. Das war für mich wirklich... Oder dass man darüber diskutieren musste, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber es ist ja schon klar, dass diese Idee von der Ausweisung von sogenannten Passdeutschen, also nicht Deutschdeutschen mit irgendwie einer bestimmten Abstammungslinie, dass das einfach verfassungs... dass das nicht verfassungskonform ist. Und das war den Leuten ja auch bewusst, dass man dafür dann eigentlich auch die Verfassung ändern müsste, damit das überhaupt möglich wird, weil das ja schon recht klar geregelt ist, dass die Staatsbürgerschaft eben diese bestimmten Rechte verleiht, dass du da dann nicht einfach aus Deutschland ja ausgewiesen werden kannst, außer glaube ich bei bestimmten Unterpunkten wie so Sachen, wenn du Mitglied von einer terroristischen Vereinigung bist oder ausländischen Militär. Aber was ich gleichzeitig auch noch spannend fand mit diesem ganzen Verhältnis von AfD und über Deutschland hinaus europäischer Rechter und dieser Zusammenarbeit, dass die ja auch tatsächlich eine rechtsstarke Kritik an den anderen rechten Parteien in Europa haben. Also es gibt beispielsweise Parteien der AfD, die sprechen dann auch immer von einer Melonisierung der europäischen Rechten, weil man eben Georgia Meloni für eigentlich so das perfekte Beispiel dafür sieht, wenn eine rechte Partei an die Macht kommt, die dann aber total verweichlichen und das dann eben entgegengestellt zu dem, wie die sich das vorstellen, wenn die an die Macht kommen. Also ich kann das jetzt wirklich natürlich nicht einfach so frei heraus dann klar machen, wie jetzt Melonis Partei oder Rassemblement National dann irgendwie jetzt in ihrer genauen Politik sich davon unterscheiden. Aber das wäre für mich vielleicht so ein erstes Indiz, dass man tatsächlich auch sagen kann, in der AfD sehen wir dann trotzdem doch noch eine andere inhaltliche Mischung als bei den anderen Parteien jetzt der westeuropäischen Rechten. Wir arbeiten nebenbei, um das ein bisschen zu spoilern, auch gerade an einer eigenen Folge zur AfD. Also wir werden auf jeden Fall nochmal ausführlich ja unsere Positionen und unsere Gedankengänge und generell zu dieser Partei arbeiten und da eine ganze Podcast-Folge zu widmen. Und ja, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wird aber noch ein bisschen dauern, bis das erscheint, weil auch noch coole andere Folgen vorher kommen. Yo. Sadi, du hast noch gefragt, kann man überhaupt jemanden die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen? Also rechtlich? Also wie gesagt, ich meine, dass es Regelungen gibt, wenn man Teil von einer terroristischen Vereinigung ist, wo dann auch beim islamischen Staat beispielsweise darüber diskutiert wurde, dass man Leuten dann die Staatsbürgerschaft entziehen kann und wenn man Teil von einem fremden Militär wird. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das jetzt bei allen möglichen Sachen geregelt ist, weil beispielsweise die französische Fremdenlegion nimmt ja auch viele ausländische oder das Konzept ist ja, dass man als ausländischer Staatsbürger da rein kann. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei europäischen Staaten beispielsweise geregelt ist, ob das dann in Ordnung ist, aber ich meine, dass es diese Regelung gibt, dass einem dann die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden kann. Gut.